Beziehungsweise das, wofür Karfreitag steht, enttäuscht uns, hebt eine Täuschung auf, führt uns vor eine Täuschung, die wir vielleicht geglaubt haben. Was da mit Jesus passierte, hat die Jünger in Kontakt mit einer Realität gebracht, die sie schockiert hat, die sie alles andere als verstanden. Sie hätten das möglicherweise die ganze Zeit sehen können, aber wahrhaben wollten oder konnten sie es nicht. Sie haben die Leidensankündigungen Jesu gehört, aber nicht einordnen können. Wenn wir uns jetzt diese Texte anschauen, auch das, was Jesus schon im Vorhinein eigentlich angekündigt hat, wir haben gut reden, wir können darauf zurückblicken und sehen, ja, das kam genauso, wie er gesagt hat. Aber in ihrer Perspektive, in der Situation, in der sie standen, konnten sie es noch nicht sehen. Doch nicht nur das Bild, das sie von Jesus und seiner Mission hatten, wurde in gewisser Weise als Täuschung herausgestellt. Und besonders heftig sehen wir das bei Petrus, von dem wir uns gleich einen Ausschnitt genauer anschauen. Er hatte ein Bild von sich selbst, das sich als Täuschung erwiesen hatte. So wie er sich sah, wie er von sich dachte, war nicht völlig falsch, aber es war an der Realität vorbei, was er bitterlich erkennen musste. Karfreitag hat das Potenzial, auch uns zu enttäuschen. Das, wofür Karfreitag steht, kann eine Täuschung auflösen, die wir geglaubt haben, die du vielleicht über dich selbst glaubst. Wir haben einen Bilderrahmen mitgebracht mit einem Fragezeichen drin, um dir die Frage zu stellen, wie siehst du dich? Und welches Bild hast du von dir? Welche Gedanken und Gefühle kommen dir bei diesem Bild? Vielleicht findest du dich ganz gut, ganz in Ordnung, eigentlich sogar richtig super. Findest dich attraktiv und nett. Vielleicht auch, naja, ganz okay, so Durchschnitt. Nicht herausragend, aber auch nicht herabragend, weiß nicht. Vielleicht aber auch tatsächlich, dass du auf dich guckst, auf dein Bild und denkst, boah, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und du siehst eher die Nachteile an dir, äußerlich oder innerlich, mal dahingestellt. Wie siehst du dich selbst? Ich habe euch ein Bild von mir mitgebracht. Klar, ihr seht mich, ich bin im Video zu sehen, aber ich selbst sehe mich nicht. Und wenn ich mich so angucke, das Bild, was ich von mir habe, dann denke ich, ach, ich bin eigentlich ganz nett. Okay, da sind die grauen Haare, da ist die große Nase, damit habe ich gelernt zu leben. Und das Bild ist auch ein bisschen älter, also ganz so grau, wie ich aussehe, glaube ich gar nicht, dass ich bin. Ja, ich kann gut mit Leuten umgehen, denke ich zumindest. Ich bin nicht aufbrausend, aber bin eigentlich ganz nett. Wo könnte aber bei dir, bei mir, eine Täuschung in unserem Selbstbild sein? Karfreitag fordert uns heraus, uns von Jesus enttäuschen zu lassen. Die Wahrheit über sich selbst zu erkennen, das tut weh, aber das befreit. Und das musste Petrus schmerzlich erkennen. Wir lesen einen Abschnitt eben von Petrus, der Moment, in dem seine Enttäuschung angekündigt wurde. Nimm gerne deine Bibel mit zur Hand, schlag mit mir Matthäus 26, Abvers 31 auf. Ich finde es wertvoll, dass du das tust, dass du mit nachliest, was steht denn da bei dir, wie steht es bei dir übersetzt, damit du Notizen machen kannst, Dinge, die dir wichtig werden, unterstreichen kannst. Matthäus 26. Und wir steigen ein in einer Situation, wo das Abendmahl schon passierte und Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist in den Garten Gethsemane, so berichtet es uns Matthäus. Und er schreibt, Jesus kündigt an, dass Petrus ihn verleugnen wird. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Jesus sieht Petrus, wie er ist. Er sieht die Jünger, wie sie sind und wie sie sich gleich verhalten werden. Er sieht dich, er sieht mich, wie wir sind. Und das ist gut, dass er uns so sieht. Das als erster Gedanke, Jesus sieht dich, wie du bist. Er sieht, wie sie sich in wenigen Stunden verhalten werden und kündigt es ihnen an mit einem Wort aus dem Prophetenbuch Zacharja. Er weiß, dass er gleich gefangen genommen und wenig später sterben wird. Und er weiß, dass dieses Ereignis seine Freunde völlig verstören wird. Dass sie sich alle von ihm abwenden werden. Dieser Gedanke, dass sie sich abwenden werden, das steht im Griechischen in einer Aussage, die man auch wiedergeben kann mit den Worten, dass sie irre werden an ihm. Vielleicht ist es in deiner Bibel so übersetzt. Eine Situation, die sie nicht haben kommen sehen und die sie völlig aus der Bahn wirft. Und ich dachte, wenn ich wüsste, dass mich die Leute, mit denen ich mich gerne umgebe, mit denen ich zusammen bin, dass die mich gleich im Stich lassen werden, dass sie sich aus dem Staub machen werden. Boah, was würde ich sagen, weil ich das ja schon kommen sehe. Würde ich ihnen die Leviten lesen oder die Freundschaft kündigen oder Jesus scheint all das gar nicht im Sinn gehabt zu haben. Das, was er tut, ist, er bereitet sie ein letztes Mal oder er versucht sie ein letztes Mal darauf vorzubereiten, was gleich passieren wird und wie sie sich gleich verhalten werden. Und was danach kommen wird, denn er spricht ja auch über seine Auferstehung. Er wird ihnen vorausgehen nach Galiläa, aber all das waren irgendwie böhmische Dörfer für sie. Sie konnten es nicht verstehen. Petrus scheint das mit der Auferstehung gar nicht registriert zu haben. Er bleibt direkt an dem Gedanken hängen, dass er Jesus im Stich lassen würde. Und das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Er hebt sich über die anderen und sagt, Jesus. Also vielleicht alle anderen, aber ich niemals. Sein Bild von sich selbst passt nicht zu dem, was Jesus ihm gerade dargestellt hat. Und er weigert sich, den Schuh, der ihm dahingestellt worden ist, anzuziehen. Der Schuh passt ihm nicht, davon ist er überzeugt. Der Mutige, der über das Wasser auf Jesus zugelaufen ist. Okay, er hat kurz die Orientierung verloren und ist untergegangen, aber er ist wenigstens aus dem Boot ausgestiegen. Er, dem Jesus gesagt hat, du bist der Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Er, der zum engsten Jüngerkreis gehörte, der Jesus so nah war. Er doch nicht. Er blickt in das Bild, das er von sich selbst hat. Er hört, was Jesus über ihn sagt und kann es nicht übereinander bringen. Und bevor du jetzt denkst, ja, wieder typisch Christen, suchen das Haar in der Suppe heraus. Der Petrus hat so viel Gutes gemacht, so ein richtig taffer Typ. Und klar, jetzt muss man eben hervorheben, dass der gescheitert ist. Jesus sieht ihn mit all seinem Potenzial. Nicht umsonst hat er doch zu ihm gesagt, du bist der Felsen, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Er sieht seine Entschlossenheit, er sieht allen Mut, aber er sieht eben auch den Übermut. Er kennt ihn besser als er sich selbst. Und er lässt ihn im Bild gesprochen vor den Spiegel treten. Und sagt ihm, Petrus, schau rein, so sehe ich dich. Wie siehst du dich? Wie siehst du dich, wenn du in diesen Spiegel schaust? Jesus sieht deine Stärken, er sieht all dein Potenzial. All das, was Gott in dich hineingelegt hat. Er ist Schöpfer, er war dabei, als du gemacht wurdest. Er weiß, wer und wie du bist. Aber er weiß eben auch, was da an dunklen, an Seiten an dir sind, an mir sind, die so gar nicht ansehnlich scheinen. Er sieht das und er hält das aus. Die Frage ist, halten wir es aus? Vielleicht denkst du von dir, ich bin doch eigentlich, ja, wie Basti jetzt gerade eben, ich bin doch ein ganz netter. Ich bin freundlich, ich kann mich gut ausdrücken, genauso. Ich bin auch irgendwie nahbar zu anderen. Versuch Leuten zu helfen. Okay, das sind Momente, in denen ich aufbrause, laut werde, die Geduld verliere, die Beherrschung. Aber das tut doch irgendwo jeder. Und die Punkte, die keinem was angehen, auch Jesus nicht. Jesus sieht die. Könntest du es zulassen, dich mit Jesus vor den Spiegel zu stellen, hineinzuschauen und zu fragen, Jesus, wie siehst du mich? Petrus konnte das nicht. Damit ihr mich nicht doppelt seht. Petrus konnte das nicht. Wie geht es weiter? Ich denke mal, du weißt, was dann in Matthäus 26 geschrieben steht, was über Jesus berichtet ist. Sie kommen in den Garten, Gethsemane, die Jünger schlafen ein beim Beten. Ist uns noch nie passiert. Soldaten kommen und Petrus schlägt einem von ihnen das Ohr ab. Jesus heilt diesen Mann wieder. Jesus wird gefangen genommen. Alle Jünger haben Angst, ihr Leben zu verlieren oder auch gefangen zu nehmen, gefangen genommen zu werden. Sie laufen davon. Nur Petrus. Nicht so ganz. Er verfolgt den Gefangenentransport und ab Vers 69 berichtet Matthäus schließlich, dass eintrifft, was Jesus vorhergesagt hat. Auch Petrus hat berechtigterweise Angst. Er ist in einer Situation, wo er befürchten muss, sein Leben zu verlieren. In diesem Hof da, vor dem Feuer, den Leuten rundherum, die ihn erkennen und sagen, hey, du gehörst doch auch. Er steht unter großem Druck, unter großem Stress. An die Worte von Jesus scheint er sich nicht mehr erinnern zu können. Und sein Bild von sich selbst war sicherlich von Krisen, von Stresssituationen gereift, aber das hier war ein ganz anderes Kaliber. Er verleugnet Jesus dreimal und der Hahn kräht. Die Täuschung war genommen. Petrus sieht in seinem Spiegelbild und dieser erschütternde Moment, dieser herzzerbrechende Moment, er hat versagt. Er läuft weg und weint bitterlich. Wie ist dein Bild von dir selbst in so Extremsituationen, in Streit, Konflikten, Versuchungen, Momenten, wo es zum Showdown kommt, wo Angst, Unsicherheit, Wut, Verzweiflung, Ärger, oder was sonst auch noch in dir übermächtig zu werden scheinen und du nicht mehr so angepasst bist, wie du dich sonst siehst? Wie ist unser Bild von uns? Diese Teile gehören auch zu deinem Bild, zu meinem Bild. Wir gucken da nicht so gern rein. Vergessen sie lieber schnell wieder, aber sie sind da. Und ob du, ob ich das, was wir da sehen würden, ertragen können? Petrus konnte es nicht. Er läuft davon, er weint bitterlich. Aber Jesus konnte es. Jesus hatte sich von ihm und von den Jüngern vorher nicht abgewandt. Und im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, in Kapitel 22, Vers 61, dass Jesus in dem Moment, wo der Hahn kräht, sich zu Petrus umdreht, ihn ansieht. Und ich stelle mir diesen Blick nicht als verurteilend vor, nicht so, ich habe es dir doch gesagt. Warum hast du nicht gehört? Guck dich an, sondern eher als, ich leide mit dir. Jesus sieht ihn, wendet sich ihm zu. Und diese Zuwendung wird nochmal viel stärker zum Ausdruck kommen, als Jesus wieder auferstanden ist. Und an diesem See Tiberias, glaube ich war es, sich ihm zuwendet und dreimal fragt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und dann sagt er ihm, dann weide meine Schafe. Jesus kehrt das, was war, nicht unter den Teppich und er lässt das da nicht modern und, ja, Beziehung kaputt, Pech gehabt. Nein, Jesus guckt uns gnädig an, guckt dich gnädig an, guckt Petrus gnädig an. Er will Beziehung herstellen. Und wir leben davon, dass Jesus uns heiligt, dass er uns erneuert und dass er uns da hineinruft und beruft, wozu er uns berufen möchte. Das ist das, was Petrus erlebt. Es bleibt die Frage, wie siehst du dich? Und wie sieht dich Jesus? Hattest du schon solche enttäuschenden Momente? So unansehnlich diese Wahrheit vielleicht auch sein mag, Jesus hält sie aus. Er traut sich sogar, sie beim Namen zu nennen. Manchmal trauen wir uns das ja selbst nicht und denken, boah, es wäre gut, wenn das keiner erfährt. Das müssen die Leute nicht von mir wissen. Ich finde es erstaunlich übrigens, dass das von Petrus berichtet wird. Dass er, der Fels, der Gemeinde, der Apostel schlechthin, dass er das über sich berichten lässt in allen vier Evangelien. Der Weg dieser Enttäuschung kann auch dich bitterlich zum Weinen bringen. Über dich selbst und das, was da war. Aber er ist, es ist ein Weg, auf dem du befreit wirst von einem falschen Selbstbild. Befreit wirst von Schuld, von Sünde. Ein Weg, auf dem du wächst und neu wirst. Ein Weg, der dich in die Berufung führt, die Jesus für dich hat. Wie siehst du dich? Oder wie hast du dich gesehen und siehst dich heute im Licht von Karfreitag? Karfreitag hält dir, hält mir den Spiegel vor Augen und konfrontiert dich mit der Realität, dass Jesus für dich, für mich am Kreuz sterben musste. Mag sein, das kannst du nicht oder willst du so nicht hören, kannst du nicht sehen, aber vielleicht ist da in dir dieser Gedanke, eben da könnte etwas sein, was eine Täuschung ist und die Jesus aufheben möchte, von deinen Augen wegnehmen möchte. Wenn dieser Gedanke in dir ist, dann geh diesem Gedanke nach, geh zu Jesus, geh ans Kreuz und frag ihn, Jesus, ist da etwas? Wie gut ist das, dass wir zum Kreuz gehen können, dass wir zu Jesus kommen können, denn wie schrecklich, wenn du etwas an dir selbst erkennst, ein tiefes Unrecht, das du getan hast, Versagen, was auch immer und du weißt nicht, wo du jetzt damit hin sollst. Du weißt nicht, wie du da wieder Frieden drüber gewinnst, wie ein Neuanfang geschehen kann. Denn Jesus ist dieser Neuanfang, das Kreuz besteht für diesen Neuanfang. Und wenn wir gleich das Abendmahl gemeinsam feiern, dann darfst du, dann dürfen wir, ja, voller Betroffenheit und doch voller Erleichterung und Dank über diese Gnade, die Jesus uns zuwendet, dieses Abendmahl feiern miteinander. Lass dich von Jesus enttäuschen. Er wird dich dadurch heilen, freimachen und näher in die Gemeinschaft zu sich selbst führen. Amen. Er wird dich dadurch heilen, freimachen und näher in die Gemeinschaft zu sich selbst führen. Er wird dich dadurch heilen, freimachen und näher in die Gemeinschaft zu sich selbst führen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020